So, da bin ich wieder zurück und es geht natürlich um die ganzen Aufträge, nämlich hilft Team Mithelium bei Eliminierung in Bios Zone Wars im Trio Modus. Und die müssen wir ja abschließen, um die ganzen Items hier freizuschalten. Da gibt es derzeit nur ein klitzekleines Problem, nämlich der Modus ist noch gar nicht im Spiel drin. Wir gucken mal gerade hier, unten müsste er dann irgendwann mal auftauchen. Ich schätze mal, das ist halt wieder einfach nur ein Trio Modus und ein bisschen Veränderung. Mal gucken vielleicht, was das genau ist. Man soll ja angeblich jetzt ins Mutterschiff reinkommen können. Also da wird so einiges gemunkelt und spekuliert, aber man kann die Aufträge Stand jetzt gerade, wie viel haben wir jetzt, 12 Uhr, eben noch nicht abschließen. Also wundert euch noch nicht, warum das alles noch nicht möglich ist. Ich denke mal, der Modus wird erst gegen 16 Uhr drin sein, weil da sind ja normalerweise immer die Aufgaben. Kann auch sein, dass es früher drin ist. Ihr werdet es sofort merken, wenn ich natürlich anfange, die Aufgaben für euch zu erledigen und euch auch die Items zeige, wie sie dann in-game aussehen. Weil selbst hier kann man sich die Belohnung leider noch nicht angucken. Aber das Emote, da bekomme ich schon mal das eigene Emote, was ich eben hochgeladen habe. Ah, okay. Gut zu wissen. Und ihr seht schon, wir haben halt jetzt wieder ein bisschen mehr zu tun. Und auch in-game hat sich einiges getan, nämlich es sind neue Schiffe im Spiel. Es wird wieder ein bisschen mehr durch die Luft geflogen. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Also es ist nicht für jeden Geschmack was dabei, aber dem einen oder anderen wird es mit Sicherheit gefallen. Also habt Geduld, was die Aufgaben betrifft. Und in dem Sinne, haut herein.